Nach der sogenannten Bellybutton Challenge und der A4 Waist Challenge gibt es jetzt schon wieder einen neuen gefährlichen Magertrend im Internet. Appcrack ist das fragwürdige Must-Have für die Bikini-Figur. Dabei gilt Bauchspalte statt Sixpack. Voraussetzung für die sichtbare Linea Alba, Hungern und Fitness. Für Experten eine lebensgefährliche Kombination. Körperlich Ich denke geht es darum, dass es ja um Hungern und Diäten geht in Verbindung mit exzessivem Sport und der Körper eher auf eine Sparschaltung schaltet, wenn wir zu wenig essen. Aber Sparschaltung heißt ja, dass dann die Leistungen im Körper zurückgehen, zum Beispiel Herzkreislauf, sogar das Gehirn wird kleiner in Hungerphasen oder Knochenaufbau, alles geht zurück. Und diese Trends sind ja dann kombiniert, aber mit extremen Sport dazu. Und das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und dadurch sind zum Beispiel Osteoporose, Knochenbrüche, Herzkreislaufprobleme, alle diese Dinge sind natürlich sehr ungünstig. Erst bei einem Körperfettanteil von unter 20 Prozent sieht man den senkrechten Muskelstrang. Damit liegt das Körperfett jedoch bereits im krankhaften Bereich. Normal sind 20 bis 30 Prozent Körperfett. Fett, Kohlenhydrate und Süßes werden für das App-Crack vom Speiseplan gestrichen. Im schlimmsten Fall führt das zur Essstörung Warnenexperten. Das hängt davon ab, wie viel Energie und wie viel Zeit ich dafür aufwende, wie sehr bin ich bereit, wirklich meinen Körper zu schädigen. Und das sind so die Übergänge zur Essstörung. Supermodels wie Stella Maxwell sind dabei die fragwürdigen Idole junger Frauen. Bereits jedes zweite Mädchen im Alter von 15 Jahren hat eine Essverhaltensstörung. Sie hungern und schwitzen. Der scheimerperfekte Körper wird dann oft in einer virtuellen Gruppe gepostet. Vorübergehend fühle ich mich ja gut, wenn ich sozusagen besondere Leistungen erbringe, dann dazugehöre, sozusagen einer Elite. Und das ist ja etwas, was den Moment an den Selbstwert steigert. Dahinter aber wird das Selbstwert eigentlich schwächer, weil das Selbstwert wächst ja dann, wenn wir eigene Ziele haben. Und nicht, wenn wir etwas, was uns von außen vorgegeben wird, besonders streng verfolgen. Das hat ja eher einen Aspekt von Sklaverei. Eigentlich sollen Fitnessroutinen und Diäten ein neues Körpergefühl vermitteln und das Selbstbewusstsein stärken. Doch noch nie wurden Schönheitsideale so aggressiv angepriesen und verglichen wie heute. Eine, die für ihren beleidigenden Kommentar jetzt vor Gericht steht, US-Playmate Danny Matters. Sie veröffentlichte ein Foto einer nackten Frau unter der Fitnessstudiodusche und machte sich dann noch darüber lustig. Das Ergebnis, ein Online-Shitstorm und eine Klage. Also, der wir oben verliehen. Wie heute ist, gilt für den Babymacht. Bis zum 2. Bis zum 2. zuschART. Bis zum 2! Bis zum 2. Bis zum nächsten Mal.